Bildung ist unser wichtigster Rohstoff. Dieses Zitat unseres Stifters prägt unser gesamtes Handeln als Dieter-Schwarz-Stiftung. Wir unterstützen Menschen dabei, diesen Rohstoff zu fördern und optimal zu nutzen. Seit über 20 Jahren engagieren wir uns deshalb in Heilbronn und weit darüber hinaus als Partner und Impulsgeber in den Bereichen Bildung und Wissenschaft. Dort fördern wir heute das, was die zukünftige Gesellschaft stark macht. Bildungsangebote für Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen. Dafür braucht es konkrete, innovative Ansätze, die nicht nur hinterfragen, was wir lernen, sondern auch wo und wie. Diesen Ideen geben wir Raum durch unsere einzigartige Förderlandschaft. Wir schaffen Begegnungsorte, um neue Lehrformen zu etablieren und dabei die Einzigartigkeit aller zu berücksichtigen. Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit bekommen, unabhängig von ihrer Herkunft ihre Potenziale entfalten zu können. Lernansätze wie Peer-Learning ohne Bücher und Professoren sollen gefördert werden, um die jungen Erwachsenen im selbstständigen Lernen zu unterstützen. Es geht darum, die Neugier auf Naturwissenschaft, Technik und kommende Zukunftsfelder zu entfachen. Und darum, Menschen zu zeigen, wie sie ihr Talent zum Beispiel für den eigenen Unternehmenserfolg nutzen. Wer Zukunft schaffen will, muss heute das Richtige tun und eines in den Mittelpunkt stellen. Die Menschen und den Bildungsweg, der zu ihnen passt. Als Fundament und Träger von Wissenschaft und Bildung verfolgt die Dieter-Schwarz-Stiftung genau dieses Ziel. Bildung fördern. Wissen teilen. Zukunft wagen. Zukunft wagen. Weltkrieg. Zukunft wagen. Vielen Dank.